weil er meinen will immer noch mit dem Steven ja und der Link ist und fach ich hab ich habe überhaupt keine Kisten, Leck das gerade so eben genau ich habe jetzt noch keine Kisten Leck das bei dir auch als im Vorflug ja Scheiße ah jetzt, jetzt sind wir so 30 bei mir sind nur 20 SPF, ich nehme nur ein hallo von Anmars Mb2 Kanal in der Beschreibung und viel hat es nicht getan mit meinem Kaum, aber ja, Trimblein wird zur Zeit, ich bin zu Behinder und Leck zur Zeit machen wir fast nur so weit wie geht es jetzt hat er mir meine Kisten auch noch geklaut, jetzt habe ich überhaupt keine Schmerzen wir hoffen, dass wir jetzt Traktor werden hoffen wir, hoffe ich auch ohne Schmerzen Traktor, naja, sieht nicht gerade so gut aus Ah, hinten, hier unten, und Schappenbogen Ich bin Traitor, bin Traitor, hab sie uns untergefickt Nein, oh, du bist Traitor im Tester Oh, du bist Traitor im Tester Oh, 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 bin gleich tot Bist du tot? Nein, drei Herzen und bin tot Ich mach nochmal ne neue Aufnahme Mal schnell, Trader und Klapp geklickt Slash B1 Nein! Oh, was macht das denn scheiß? Oh, ich hab das Slash B1 gemacht, man Oh, fuck Okay, Leudis Wir sehen uns in der nächsten Runde, bis gleich Moins Warte, wir müssen mal ne Und, ich hab Ja, nimm einfach auf Dann nimm einfach auf, wenn du alles hast Ja, wie versprochen, auch schon die dritte Runde Ich hab jetzt noch keine Kisten bekommen Es ging gerade so schnell, wir sind gejoint Und das immer Immer ging schon los Versuch mir überhaupt Ein paar Kisten zu bekommen Ich denke mal, ich bekomme jetzt ein paar Kisten Gut, ich hab ein Holzschwert Ich hab Das noch eine Kiste, denke ich doch, oder? Ja, das noch Alter, ganz knapp Okay, ich hab ein Holzschwert und einen Bogen Ich hab alles Jetzt gleich Ja So, man fängt, was ich dich fragen Was diese liebe Mars MP2 sagt Er sagt, weil wir gerade zusammen Hero Brain uns So, wenn wir das auch genau haben Und das findet ihr natürlich auf dem Chat Ich verlinke die Videos und dann alle zusammen Und Das wird interessant Ja, also unsere WeWiGames Hammer Heldenhaft gewonnen Das war die Geldste Runde für mich, Alter Ja Okay, gut, ähm, ich bin jetzt gerade Innocence Ich bin was anderes Da rutsche Getrackt, oder? Ich bin was Blaues Ach, du bist ein Detective? Warte, man hab's schon mal gesehen Nee, du bist nicht Detektiv Ich bin gerade oben bei den ganzen Fratern, Alter Ey, ich geh jetzt mal auf die Backphase Soll ich mich mal auf die Backphase hin hier backen? Backphase, ja Also, nee, soll ich mal auf diesen Bergen balancieren? Ja, das kenne ich schon, aber das finde ich nicht so Na, du bist ja eh nur, ne? Alter, das leckt übelst hardcore grad, äh, Leute, alter, was jetzt? Na, du leckst es auch gerade mit deiner Stimme Das war ich da gerade, das hat mich gar nicht so gemacht War ich Alter, guck mal, wie hat jemand testet? Alter Ja Den kill ich gleich Soll ich runter springen? Loll, wieso tut ihr gerade die ganze Was, die jenes haben schon gewonnen, oder wieso? Loll, wieso ist der Detektiv so blöd und tut mich töten? Okay Junge, ich kill dich Das ist jetzt gerade mal ein richtiges, tolles, leckhaftes Spiel gewesen Ich mach nur mal ne Aufnahme Ja, lol Das hat jetzt mal ruhig geleckt Ich nehm beide auf Alter Ich hasse vorstelle ich, dass man süß wird Nimmst du nochmal ne Rundorf mit mir Ja, mach gleich noch zwei Aufnahmen für mich Oh, ich hab vergessen, einfach drücken Oh, der hat uns in thread Der Sachs ist genauso wieder wie vorhin Oh, 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 oh Wart mal das rausbacken is doch irgendwie hier gewesen, oder? Alter, oh, dieses Scheiß-Laber Okay, da unten ist ein threader Oh, ja, oh, ja Whoop is in thread Whoop is in thread Whoop und ja, man Whoop und ja, man Whoop und ja, man Whoop und ja, man Whoop und yeah, man Whoop, gun life star Alter, ne Alter, ich kann mich nicht mehr und ich spiele, Junge nur bei der Lava hier unten, ey, das riecht auf. Boah, leck die, nigger. Boah, leck die, nigger. Darauf niggerseis. niggerseis. Ich kann dir mal zeigen, wie das hier unten gleich leckt. Läuft alles flüssig jetzt gerade? Danny! Danny, burn it. Burn it. Und hier, jetzt merkt du, genau, jetzt leckt es übelst. Ja, Danny, ich meinte nicht mehr ernst mit den nigger-eis. Sollte es mal ein Spaß wird sein. Spaß wird es des Tages. Alter, ne, ich verrägte es von der Lava. Ja, war so klar. Lol, kick it for flying! Ey, was kann ich denn dafür, wenn der scheiß Server so legt, man, von Fick'n Trouble. Du hast nur gekickt vom Server, ey, wie geil. Alter, ich finde ich. Aber merkt, es leckt nicht. So, leckt überhaupt nicht. Es ist der Schaube. Okay, wir treffen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dann. Euer Marsdenbiz bei. Haha, euer SGLP. Haha.